Hallo, ich grüße euch. Zum zweiten Advent möchte ich euch zwei Fragen stellen. Hier ist Frage 1. Wo kommt Silvester vor Weihnachten? Und nun Frage 2. Was gibt es von allen Monaten nur im Dezember? Die Antworten gibt es am dritten Advent, wenn ihr das dann aktuelle Türchen öffnet. Bis dahin grüßt euch, euer Micky.